70% der Straßenklasse sind absolviert bei Flatout 2. Herzlich Willkommen zurück. Wir haben im letzten Part den Street Rural Cup gewonnen und natürlich auch Curling. Drei Level noch. Drei Pokale noch im dritten Level von Flatout 2. Aber erstmal geht es jetzt weiter mit diesem Pokal und zwar Street, Sprint Cup und Darts. Oh, da kriegen wir ja richtig fett Money. Waterkanal 3, ja, so eine kurze Strecke. So, dann muss ich mich mal ordentlich hinsetzen, damit wir es heute schaffen. So, wir starten von der 7. Zwei Runden, wie bitte? Ich fühle es ja gerne. Entschuldigung. Ach, gar nicht gemacht. Schade war Kitty Jackson. Ey, es sind nur zwei Runden. Ey, das geht ja... Da müssen wir ein paar Hände machen, ey. Um die zwei Runden kann sehr, sehr viel passieren. Okay, zwei sind noch vor uns. Kriegen wir die? Schreibt es mal in die Kommentare. Ne, braucht er nicht. Viel zu viel Arbeit. Wie bitte? Sadie Taylor-Schrott. Oho. Oh, das war nicht gut. Ich sag mal, auf Wiedersehen. Okay. Abgezogen. Neue Runden, Riker. Oh, da habe ich glaube, den hat Jack Betten gebrochen. Nee. Ging ja schnell. Bester Schritt und schnellste Runde. Hey, nur zwei Runden. Ha. Er hat Mr. Thrak. Äh, den Rundenrekord. Nee, 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 nee. Das ist meiner. Aber was ist das denn? Dieser Bug. Den Bug kenne ich, der ist so behindert. Versuch nochmal zwei. Okay, jetzt haut's hin. Ist aber so ein Bug, das irgendwie das Bild schwarz ist. Wenn man Gas gibt, kommen wir so eine komische Lichter. Okay. Bleib mal stehen. Haha. Alter, komm, ich bin nicht rausgespischen. Alter, habt ihr das gesehen? Oh. Das war ja knapp. Alter, der Kinn ist so drin. Oh, bebeugt, dick, bebeugt nicht. 39 Sekunden ist der Rundenrekord. Den brechen wir sofort. Ach, da ist der Glauben, da ist der Glauben mit einem Flat. Oh, was. Da ist der Glauben mit einem Flatmobil gefahren. Der Mr. Thrak. Okay. Boah, Alter, das ist aber schwer, ey. Welches Ding war, dass der Socken kommen könnte? Oh, abgezogen. Ha. Und gleich nochmal. Ach, die Rennstrecke, cool. Das würde mal ein ganz kurzer Part, ja? Hier im Part 30, ja? Der 30. Ach, ich weiß nicht, welcher Pokal das sein soll. Auf jeden Fall, über 20 schon. Hopp mal ab hier. Ich bin da. Was willst du denn tun? Oh, nein. So, Alter. Check. So, Alter. So, Alter. So, Alter. So, Alter. Oh, map. So, Alter. Mann Der geht so ab, der Cannon, ey Hallo Alter Ist der Schrott In your face Geil Wie er schnellst du runter, meine Fresse Boah, ey So macht man's Neun Punkte Vorsprung, letztes Rennen Ach, die Strecke Boah, dauert eine Runde zwei Minuten fast, ey Oh ja, das freut mich, das freut mich Ey, bei Sophia vorne, ich hab nur einmal gegengefahren schon, weil das Auto, ey, wird sie abgezogen Boah, ho, 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 was geht ab?! Was geht hier denn ab? What the fuck? WTF? Zwei am Anfang, gleich Schrott? Was? Hab gar nichts gesehen, ey. Boah. Ach du Scheiße. Geil. Hallo. Ich flieg rüber. Scheiße. Erstmal gleich zwei geschrottet in den ersten 30 Sekunden des Rennens. Gleich mal zwei geschrottet. Alter. Okay, noch gut aufgekommen. Ich flieg rüber. Aый! 30 Sekunden des Rennens. Ja. Okay. Dritter Haha Okay Da liegen sie beide So das letzte der Make-On-O-Event Alter was war das denn für ein Anfang Boah das hab ich ja nie vergessen Das muss ins Beste auf Mulchan Haha Ich zeig euch Alter Verwalter Da vorne ist Sophia Komm Die ist noch nicht mal ein bisschen Schrott Oder ein bisschen beschädigt So weg Fick dich So du bist jetzt Schrott So Hast du deine Lehre So Leg den nicht mit Neujan an Fünfter Ach du Scheiße Okay Okay Rennenrekord Haha Oh Gott Hahaha Alter Alter Wie geil war das Rennen denn ey Alter 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 Oh man Oh Alter WTF ey Alter Die Strecke 2 Man muss jedes Mal in 6 verschiedene Felder werfen Egal Triple Double Bullseye Wir müssen die 16 werfen Die haben wir da unten Und nochmal Single Da Drenner So macht man es Jetzt müssen wir in die Doppel 16 werfen Wenn man jetzt in den Single Bereich wirft Wo wir gerade reingebrochen haben Gibt es 0 Punkte Aber wenn man jetzt in irgendein Doppelfeld reinwirft Dann kriegt man einen Punkt da Aber wenn man genau in die Doppel 16 reinwirft Dann Gibt es Ähm Jeweils dann die 50 Punkte So Oh Frau Oh mein Gott auch die Doppel 16 getroffen Jack Bettner die Doppel 20 getroffen Okay Jason Wokey Doppel 1 Sophie Amales ebenfalls die Doppel 20 Und Ray Carter die Doppel 13 Jetzt müssen wir in die einfache 4 werfen Äh das geht dir einfach Rucki zucki geht das hier dort Keine 5 Minuten Oh das Scheiße Oh Hehe Ja ich hab's früher abgeworfen deswegen Triple 12 Ja man So Ui jetzt haben sie da alle getroffen So Einfache 5 Ich hab auch das toll So mit dem Kumpel Dart gespielt Ey Hat richtig Spaß gemacht Ja Der hat mich abgezogen Wie sauer Ja Mr. Strack war das Der hat mich abgezogen Dart Oh Ja Boah Ja Der hat 0 Wir führen mit 35 Punkten Jetzt Bullseye Ja Ja Der hat mich ab jetzt irgendwie sauer Wir haben so bis 5 gespielt Er hat mich 5-1 in den Sätzen Hab ja Äh 5-1 Kennt man ja Legs Sets Äußeres Bullseck Komm Ne ähm Ja wir haben mit 5 gespielt Und von 501 runter Und er hat das erste gewonnen Und er hat die Restien gewonnen So wir sind der erste 10 Punkte Vorsprung Hehehe Boah Ist das nicht geil Leute Der Street Bank Cup Ne der Street Big Bank Cup Steht als nächstes an Leute Und danach Auf der 5 Die Predator Nein Ich hab gerade Kommandakrieger imitiert Nein Und Im nächsten Im übernächsten Part Geht's dann weiter mit dem Special Street City Cup Oh Der wird so fett Ey Alle meine Lieblingsstrecken sind dabei Ich dachte eigentlich Hier ist meine Lieblingsstrecke Jo Und dann geht's auch schon Bald los hier Mit den großen Finale 4 Pokale Einmal Derby Finals Die Race Finals Dann das Grande Finale Mit irgendwelchen Events Und hier das Street Finale Mit 6 Fucking Strecken Das als 6 Strecke Das wäre meine Lieblingsstrecke Alter Das wird so Hammergeil Wird das werden Ja So Hammergeil Also Leute Wir sehen uns dann Im nächsten Part Wieder Von Flatout 2 Bye Auf Wiedersehen Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal